As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister im Lied. In wenigen Wochen erreichen wir den König der Monate, Ramadan. Wir erreichen ihn inshallah, um eine Schule zu durchleben, indem wir unsere Persönlichkeit etwas verbessern und versuchen, unseren Stand religiös etwas zu erheben. Ein Monat, den wir durchleben, um barmherzig und milde zueinander zu sein und in sich zu kehren und seine Situation nochmal zu überdenken, in der er sich befindet. Entscheidungen zu treffen, die unser Leben hier verbessert. Entscheidungen zu treffen, die das Leben der anderen Menschen mit Allahs Erlaubnis auch verbessert. Vor ca. einem Jahr haben wir den Monat Ramadan auch erlebt. Nun können wir schauen, wie wir uns entwickelt haben. Ob wir einen Riesenschritt nach vorne gemacht haben, oder ob wir stehen geblieben sind, oder ob wir an mehrere Schritte zurückgegangen sind. Diesen Zustand, diese Einschätzung, kannst nur du über dich selber machen. Und somit können wir als Organisation euch dazu aufrufen, Menschen in Not zu helfen, ihnen das zu geben, was sie benötigen. Der Monat Ramadan ist eine Schule, um deinen Charakter zu verbessern. Der Monat Ramadan ist eine Gelegenheit, um die Barmherzigkeit aktiv umzusetzen, um den Menschen das zu geben, was sie benötigen. Wir haben in diesem Jahr viele schreckliche Sachen erlebt, ungesehen. Wir haben gesehen, wie Kinder vergast worden sind in Syrien. Wir haben erlebt, wie Menschen gestorben sind aufgrund von Mangel an Trinkwasser und Nahrung in Somalia. Wir haben gesehen, dass die Menschen in Rohingya dort unter katastrophalen Bedingungen leben müssen, abseits von jeglicher Menschenrechte. Wir bieten das an, ihnen dort zu helfen, wo die Hilfe benötigt wird, ihnen das zu geben, was sie brauchen. Es besteht die Möglichkeit, Menschen aktiv zu helfen, mit den finanziellen Mitteln ihnen das zu geben, was sie brauchen. Nahrung, Nahrung, um ihr Iftar einzunehmen, trinken und eine wenige Sicherheit für sie, um ihre Angelegenheit zu verbessern. Lass diesen Ramadan dein bester Ramadan sein in deinem Leben, den du bis jetzt erlebt hast. Lass diesen Ramadan sein als ein Zeichen für dich, indem du dich erhebst und etwas aktiv bewirkst für die Menschen, die die Hilfe benötigen. Ich sage allah u khairan, wa barakallahu feikum, euer Geschwister von der internationalen Hilfsorganisation Ar-Rahma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan, 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 Ramadan.